Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und hoffen, dass Sie hier angenehme Momente erlebt haben. Das Anwesen von Jeuil steht in der touristischen und kulturellen Saison von Ende März bis Ende Oktober für reiche Entdeckungen offen. Ganzjährig offenbaren Ihnen erfahrene Führer die vielfältigen und zuweilen überraschenden Facetten dieses hochrangigen Ortes. Anhand zahlreicher Animationen im Lauf der Jahreszeiten sensibilisieren unsere Pädagogen auch die Jüngsten für den Reichtum dieses prächtigen Kulturerbes. Das Chateau de Jeuil, eine außergewöhnliche Stätte in der Provinz Lüttich, eröffnet das ganze Jahr über Entdeckungen.